Hallöchen zusammen. Ja, da sind wir wieder zurück. Das war natürlich heute wetterbedingt nicht gerade das beste Wetter für so einen Booster Pro. Weil der hat da irgendwo bei 100 einen Reifen gelassen. Aber so schlecht war es auch nicht. 112 bei strömischem Regen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich den dann sehr wahrscheinlich ein bisschen straffer hinten einstellen muss, damit er vom Fahrwerk her ein bisschen besser liegt. Ja, den anderen konnte ich gar nicht fahren heute. Das war eine kurze Geschichte. Aber wir geben ja nicht auf. Wir kämpfen weiter. Wetter wird irgendwann mal wieder besser. Schönen Abend noch. Man sieht sich.